Schnell! Hier rauf! Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie? Hast du sie gefunden? Die Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber schlissen sagte sie nur. Es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hat. Oh. Komm schon. Komm jetzt voran. Ja. Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Wie geht's denn? Oh, Ali. Das sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldaten bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Sie verstecken das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Lass uns lieber über was anderes reden. Mistdeckung! Ich bin ein bisschen schrecklich alt. Voll gut. Nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Feierkler werden. Ali. Jetzt habe ich Marleen auch getragen. Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es an dem Haus noch? Gleich. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Gut. Jeden Cent. Hey, wo wollten wir noch mal hin? Ähm, hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Komm, gehen wir weiter. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistole? Die Wasserpistole? Ach was. Der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? Zwei Wochen lang putzen. Wie kloß. Ach, Ali. Ich sag dir, gib es auf. Kriegen wir nicht mehr. Ich hole mir die wieder. Ich kann nicht glauben, dass wenigstens weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Ja. Ja, viele Leute sterben nicht immer. Ich kann nicht fahren. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Lugo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Bier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug. Na komm. Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Ames Pferd, die hat bestimmt richtig Angst. Und, noch mal viel E仗. Hilf mir mal. Ich hasse es dadurch gekappt. Lass mich nicht ganz verquetschen. Schon. Ich geh runter. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Ich helf dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Ah. 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 Du Blödi. Das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich hab die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Puh. 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 Sie ist dir arm. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja. Voll krass. Brüll mal. Puh. Ehrlich. Echt? Du sollst brüllen. Du sollst brüllen. Ja. Na geht doch. Mal sehen was es hier noch so geht. So was kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow. Das war blöd. Das war blöd. Das war blöd. Wir wieder ran. Oh. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh To-Do. Was sollen wir nur tun? Ha ha ha. Oh Mann. Die Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich steh voll auf Vampire. Was? Ich steh voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Oh, ein dreifer Phönix. Wie seh ich aus? Entzückend. Herzlichen Dank, mein Tötchen. Ich bin Gräfin. Ich bin Gräfin. Wir müssen das nicht erst mal weiterverkennen. Ich bin Gräfin. Ich bin Gräfin. Ich bin Gräfin. W creierter objetivo. Ich bin Gräfin. Wahrheitsschädel, stell ihm eine Frage, wenn du die traust, okay? Äh, werden wir heute sterben? Nichts. Hm. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh, das ist höchst unwahrscheinlich. Ah, so ein Trost. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Tillett. Krieg ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. Ach, war ja klar. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt? Ja. Ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Em. Lass sie gehen. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das hab ich aufgegeben. Poker gehört dir. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr zehnmal witziger als du. Er sagt. Nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann ich mal. Gut, Ellie. Wow. Einige sehen wie echte Steine aus. Ah, ich hab eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins. Meinst du das Blaue? Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst. Ich bin dabei. Bäm! Das war so knapp. Ja. Ja. Nummer zwei. Verdammt. Die letzte. Die letzte. Was ist das? Du jetzt! Was? Bäm! Nummer zwei! Treffer! Ha! Ha! Oh! Ja, Volltreffer! Aha! Was hast du jetzt? Ja! Ja! Nummer zwei! Ja! Was hast du jetzt? Oh ja! Treffer! Verdammt! Ja! Die letzte! Ja! Stein-Wurf-Champion! Meins hat da härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser! Okay, hier kommt die Frage. Ich träge Angst. Ähm... Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich hab irgendjemandem was gesagt? Hab ich nicht! Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon! Das musst du sehen. Und wir sind fast da. Ja! Das ist keine Antwort. Das ist keine Antwort. Was machen wir hier? Ich finde es ziemlich gruselig. Also... Wir dachten ja, dass nur ein Vorsteiger der Energie bekommen. Stimmt's? Ja... Schau mal mit... Alice! Hier lang! Ich bin bisschen auf jerka- Also es stimmt! Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ich muss sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Das musst du sehen. Oh, warte. Ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Das ist das. Ich bin froh, dass du nicht dran bist. Ich glaube, das ist das, das zu��면. Ich bin froh. 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 Vielen Dank.